Ja, meine lieben Freunde, grüßt euch recht herzlich. Gestern ein Einzelvideo von Nico, heute mal ein Einzelvideo von mir. Wir haben es zeitlich leider beide nicht zusammengefunden, aber trotzdem wollte ich mal mit euch darüber sprechen, was ja gestern dann fix verkündet wurde und zwar etwas, was die Spatzen schon von den Tächern gepfiffen haben, nämlich, dass Daniel Farke nicht länger Trainer von Borussia Mönchengladbach ist. Das kommt jetzt nicht sonderlich überraschend, muss man ganz ehrlich sagen. Und es gibt auch schon einen Top-Favorit auf die Nachfolge. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Wir würden uns natürlich freuen. Wir gehen mit großen Schritten auf die 3000 Abos zu, wenn ihr da ein Abo dalasst und ein Like. Das unterstützt uns sehr. Und wenn es hier Gladbach-Fans gibt, die Dinge natürlich vielleicht auch anders sehen oder da auch noch näher dran sind, dann gerne auch eure Meinung dazu in die Kommentare. Ja, das ist jetzt quasi der dritte Trainer in zwei Jahren, der Gladbach verlässt. Marco Rose ist ja noch freiwillig gegangen. Dann kam Adi Hütter. Der durfte oder musste auch nach einer Saison gehen. Und jetzt muss eben auch Daniel Farke nach einer Saison gehen. Also vor ein paar Wochen gab es ja noch nach dem Spiel dieses Statement, was ein bisschen auf sich warten lassen hat von Roland Wirkus, wo man schon dachte, warum bestätigt er denn nicht gleich, dass es mit Farke weitergeht? Warum dauert das so lange? Und dann hatte er sich Anfang der Woche nach dem Spiel geäußert und gesagt, ja, wir werden mit Daniel Farke die Saison beenden. Aber wenn man da so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen hat, dann wusste man eigentlich schon, also über die Saison hinaus wird es wahrscheinlich nicht gehen. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, die Gladbach haben jetzt einen mega großen Umbruch vor sich in der neuen Saison. Viele Spieler gehen, viele Spieler könnten gehen, wenn die Angebote stimmen. Viele neue Spieler werden kommen. Und dann will man vielleicht auch einfach einen Neuanfang gleich mit einem Trainer haben, auch wenn es jetzt der dritte Trainer in zwei Jahren ist, auch wenn Marco Rose da ein bisschen länger da war. Aber Daniel Farke wäre natürlich schon so angeschossen in die neue Saison gegangen, dass man auch sagen muss, wahrscheinlich wäre das der erste Kandidat, der dann immer hätte fliegen können, wenn sich die Ergebnisse eben nicht so eingestellt hätten. Mit dem neuen Trainer ist dann auch der Druck dort etwas anders. Die Co-Trainer gehen ebenfalls. Und man muss einfach sagen, die Gladbacher, klar kann man auch über den Kader diskutieren, aber die letztendliche Saisonplatzierung, die zumindest mal nichts mit dem Abstieg zu tun hatte, aber dann nochmal zwei Punkte schlechter war als die Saison davor unter Daniel Farke. Auf Platz 10 ist halt Niemandsland der Tabelle. Nach oben zu Leverkusen waren es sieben Punkte Rückstand. Nach unten waren es zehn Punkte Vorsprung. Man hat ja dann das letzte Spiel nochmal gewonnen. Da war dann auch nicht wirklich eine Entwicklung zu erkennen. Und im Jahr 2023 hatte man auch nur 21 Punkte in 19 Spielen gesammelt. Und wenn man jetzt mal von der Rückrunde ausgehen will, auch 21 Punkte in 17 Spielen. Der Punkteschnitt von Daniel Farke in der Liga 1,26. Wenn man jetzt DFB-Pokal noch mit einberechnet, in die Pflicht spielen sind es 1,28. Damit dann auch nochmal ein schlechterer Punkteschnitt als Adi Hütter. Der hatte in der Liga zumindest mal noch zwei Punkte mehr geholt. Kam auf einen Punkteschnitt von 1,38. Und Marco Rose, der ja vor allem in der ersten Saison stark war und der natürlich auch international vertreten war, der hatte einen Punkteschnitt zumindest mal einer Liga von 1,85. Ja, bei den Gladbachern zumindest von außen betrachtet, wenn ich mir da so ein Urteil drüber erlauben kann, fehlte es irgendwie die ganze Saison an so einer gewissen Intensität. Und wenn man jetzt bei Bundesliga.com nachschaut bei den Statistiken, dann spiegelt sich das auch in vielen Statistiken wieder. Sie haben bei den gelaufenen Kilometern Platz 17 belegt. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Letzter war. Ich glaube Bochum. Aber das kommt ja dann auch ein bisschen auf die Spielweise an. Und von einer Mannschaft mit dieser individuellen Qualität, die ja trotzdem da war, auch wenn man sagt, der Kader war anscheinend auch nicht ausreichend. Aber da könnte bei der Spielweise vielleicht auch ein bisschen mehr drin sein. Bei intensiven Läufen waren sie sogar auf Platz 18 und auch bei Sprints waren sie auf Platz 17. Irgendwie hatte man von außen immer das Gefühl, ja, an einem Tag, wo sie alles geben, wie dann irgendwie gegen Bayern. Oder es gab ja einzelne Spiele, die echt gut aussahen. Da ist dann auch mehr drin. Da hat man dann auch teilweise das Potenzial des Kaders gesehen. Aber häufig war es halt einfach so, dass man das Gefühl hatte, dass eben nicht alles gegeben wurde. Und die Statistiken können natürlich nicht immer alles begründen, aber irgendwie unterstützen die das, was man auch so teilweise gesehen hat. Natürlich hat es ein Daniel Farke dort auch schwer gehabt. Spieler wie Thuram in Sbaini wusste man schon sehr früh, dass sie den Verein verlassen werden. Und dann ist es vielleicht auch schwierig, wenn viele Spieler Wechselgedanken hegen und sie wissen, sie sind sowieso nicht mehr da und du bist schon im Niemandsland der Tabelle. Dann hakt man eine Saison halt relativ schnell ab, so wie es halt auch teilweise vom Trainerteam getan wird. Ich kann es nur von außen sagen, ich bin ja kein Gladbach-Fan, aber allein dieses Spiel bei Hertha, was dann am Ende natürlich relativ hoch auch ausgegangen ist, wo man auch hätte 2-2 spielen können, dieses 1-4 bei Hertha. Wenn ich mir danach die Pressekonferenz angeschaut habe, dann hat vielleicht Daniel Farke manchmal auch nicht wirklich die perfekten Worte gefunden. Das ist ja nur in der Öffentlichkeit. Wir wissen ja nicht, was er dann bei der Mannschaft so gesagt hat, aber das kam mir dann auch nicht wirklich danach vor, als ob, wenn die Spieler schon nicht alles an den Tag legen von Intensität und, sage ich mal, mindestens immer 100 Prozent geben, dann kommt es vielleicht vom Trainer auch nicht. Wenn der sich auf der Pressekonferenz so äußert, ja, dann ist es halt halt mal so. Wir haben versucht, 2-2 zu spielen und dann haben wir halt hinten aufgemacht und noch 1-4 verloren. Und man muss sich daran erinnern, das Spiel kann ich halt noch am besten wiedergeben, weil es mir da so aufgefallen ist. Sie haben ja in Berlin bei uns bei Hertha 1-0 geführt am Anfang und haben sich das dann noch so aus der Hand nehmen lassen, völlig unnötig. Dass der Kader mehr individuelle Qualität hat, das würde ich schon sagen, aber das sagt eben auch nichts aus. Was dem Personalaufwand geht, die DFL hat ja letzte Woche die Zahlen veröffentlicht von dem Jahr zuvor. Da hat Gladbach, natürlich sind da auch wieder andere Spieler noch dabei gewesen, aber einen Personalaufwand von 103 Millionen Euro und waren damit auf Platz 7. Das hat, wie gesagt, nichts zu bedeuten. Ich kann nur sagen, Hertha hat einen Personalaufwand von 97,7 Millionen. und hat sich damit auf Platz 8 gefunden. Wir sind ja dann das Jahr auch abgestiegen. Aber man sieht eben, dass es auch Vereine gibt, die da das besser machen. Beispielsweise Freiburg 59 Millionen oder Union 54 Millionen Personalaufwand. Das ist ja fast die Hälfte. Ja, wie gesagt, es sagt nicht alles aus. Am Ende war der Kader vielleicht auch nicht perfekt ausbalanciert. Zu viele Leute, die da nicht mehr die Motivation auf den Platz bringen konnten, kann es wahrscheinlich auch nicht alles nur Daniel Farke dann in die Schuhe schieben. Aber es wird einen erheblichen Umbruch geben. Und jetzt weiß man ja schon, wenn Sebaini geht, Thüram geht, Stindl geht, ich glaube, das ist auch härter, als manche vielleicht denken. Der ist zwar 34, aber der hat schon immer noch seine Leistung gebracht und war vor allem auch für die Gladbacher gefühlt immer so eine krasse Identifikationsfigur. Ist ja auch ein sehr sympathischer Typ, auch ein sehr, sehr guter Fußballer. Auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist, kann er sehr, sehr wichtig für eine Mannschaft sein. Ich habe auch gelesen, Jordan Bayer, wo man sich ja erhofft, 15 Millionen zu bekommen, da kann es sein, dass Burnley eventuell eine Transfersperre bekommt. Manu Korné könnte natürlich noch einer sein, der unter anderem natürlich auch in England Markt hat oder in anderen ausländischen Ligen, der viel Geld in die Kasse spült. Man sei wohl auch bei Marvin Friedrich gesprächsbereit, wenn da Angebote kommen. Selbst ein Elwedi, Skelly oder Neuhaus wären nicht unverkäuflich. Also ich meine, man braucht natürlich auch Geld, um so einen Neuanfang zu starten. Ich bin mal gespannt, was da jetzt in Zukunft alles passiert, was ich interessant fand. Ich glaube, die Bild oder der Kicker, beide haben jetzt Nils Schmattke, den Sohn von Jörg Schmattke, wo ich immer noch unglaublich finde, dass er jetzt bei Liverpool ist, ins Gespräch gebracht, als Unterstützer, als neuen Mitarbeiter, als Unterstützer. Ich weiß nicht, ob es jetzt, wie dann direkt die Bezeichnung sein soll, ob Sportdirektor sein soll, im Kickerstand nur, dass er Wirkus bei der Kaderplanung unterstützen soll. Ja, dann Nils Schmattke in der Position noch nicht gearbeitet, aber ich finde sowas ja immer erstmal nicht schlimm. Ich meine, bei uns bei Hertha, wir haben ja jetzt Benjamin Weber, kann natürlich immer nach hinten losgehen, aber ich habe zumindest bei uns die Hoffnung, dass es eben gut geht und dann hast du eben einen jungen, sehr motivierten Mann. Nils Schmattke war vorher, glaube ich, auch schon mal für Gladbach als Scout tätig. Zuletzt war er beim VfL Wolfsburg. Mal gucken, wie das dann in der Funktion bei so einem Kaderumbruch gleich am Anfang passt. Und Sioane als Trainer finde ich eigentlich einen sehr interessanten Mann, sollte der wirklich kommen. Zwischenzeitlich war er auch unter anderem Polanski im Gespräch, der Nachwuchstrainer. Aber Sioane, ich habe ihn nochmal Graf genannt, weil er immer für mich aussah wie so ein Graf, aber den fand ich eigentlich, ich mich habe gewundert, dass es so wenig geklappt hat am Ende dann bei Leverkusen. Finde ihn eigentlich einen sehr, sehr interessanten Trainer. Ich will jetzt nichts falsch zu sagen, ich glaube, vorher war er bei Bern in der Schweiz als Trainer aktiv. Bei Leverkusen kam auch viel zusammen, ist dann zwischenzeitlich, als es nicht so gut lief, auch mal in die Heimat und hat seine Frau besucht, weil die ein Kind geboren hat. Ich finde, ist ein interessanter Trainer, könnte durchaus klappen, aber ich hätte auch gedacht, dass es mit einem Adi Hütter besser klappt. Von daher, mal schauen, was dann da wirklich passiert. Noch ist ja da auch nichts fix. Ich kann ja nochmal kurz gucken, was Sioane am Ende für einen Punkteschnitt erreicht hat. Bei Bayer Leverkusen waren es dann 1,57. Ist natürlich deutlich zu wenig gewesen, zumal die Leverkusener ja dann gefühlt auch sogar am Abstiegskampf waren, Anfang dieser Saison, die jetzt beendet wurde. Aber ja, ist auch nicht schlechter als Daniel Farke oder Adi Hütter. Also klar, muss man es dann auch mal sagen, auch wenn das natürlich ein völlig anderer Kader ist. Sioane auch weiterhin noch relativ jung, mit seinen 44 Jahren. Auch da ist natürlich dann bei einem jungen Trainer noch Entwicklungspotenzial vorhanden. Ich bin gespannt, was bei den Gladbachern transfermäßig, auch trainermäßig dann alles im Sommer passiert. Daniel Farke, muss ich nochmal sagen, war auch ein Trainer. Er war ja vorher bei Norwich und bei Borussia Dortmund zwei aktiv und ich fand den immer, war dann wahrscheinlich schon ein Regal zu hoch vorher, bevor er dann die erste Bundesligastation hatte, auch mega interessant für Hertha, weil ich einfach den Weg in England verfolgt hatte und er ja da zweimal mit Norwich den Aufstieg geschafft hat und ich das schon als starke Leistung empfand, auch wenn man in der ersten und zweiten, nach der ersten und zweiten Aufstieg den Abstieg dann nicht verhindern konnte. Deswegen dachte ich, könnte eigentlich ganz gut klappen bei Gladbach, aber vielleicht ist es auch eine Phase gewesen, manchmal ist man auch zur falschen Zeit am falschen Ort, wo so viel drunter und drüber ging, dann war Eberl irgendwann weg, dann musste Wilkos anfangen. Viele Spieler, die ja auch, muss man ja so sagen, mit auslaufenden Verträgen dann so hinterlassen wurden, da kommt vielleicht dann einfach vieles zusammen. Ich bin gespannt, wo der Weg von Borussia Mönchengladbach hingeht in Zukunft. Auf jeden Fall glaube ich auch, dass da mehr drin ist, einfach weiterhin ein sehr, sehr großer Klub, dem man es ja auch gönnen würde, da weiter oben mitzuspielen, lieber als ein paar andere Klubs. Und ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr glaubt. Geht das alles gut? Orientiert man sich mit Gladbach jetzt eher wieder nach oben? Bleibt es so? Wird es auch mit einem neuen Trainer, mit nach dem Kaderumbruch, eher ein Mittelfeldplatz am Ende sein? Oder muss man sich sogar nach unten orientieren? Weil so ein großer Umbruch natürlich auch immer Gefahren birgt und dann der vierte Trainer in zwei, drei Jahren auch immer nicht so einfach ist. Also ich kann ja nur bei Hertha ein Lied davon singen, bei uns war es noch viel drastischer mit den Trainern, aber zu viele Trainer, das ist auf jeden Fall nie gut. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Vielleicht machen wir heute Abend noch ein Video nach dem Pokalspiel. Ich habe hier schon ganz viele, wirklich ganz viele Frankfurter in der Berliner Innenstadt gestern gesehen. Meine Daumen sind auf jeden Fall für die SGE gedrückt, auch wenn ich glaube, dass Leipzig das Ding wiederholt zum zweiten Mal in Folge. Vielleicht machen wir dazu dann auch nochmal ein Video und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis dann. Ciao.